ja moin blender freunde herzlich willkommen hier nochmal ein tutorial kurz vor jahresende wir werden eine winter szene erstellen in blender wirklich für einsteiger dieser tutorial und werden die sache schritt für schritt angehen wie immer ich nutze die software blender 341 ja und ich empfehle euch auch bitte wenn es geht die aktuelle software dafür zu nutzen und damit es keine überraschung für euch gibt ja ok fangen wir einfach an so den würfel löschen wir und dann gehen wir nach oben kollektion benennen die gleich mal kamera und licht so geben den ordner eine farbe sagen rot so weil wir mehrere kollektionen gleich erstellen werden und das ist immer gut wenn wir hier ordnung haben ok dann machen wir das auch gleich mal wir gehen auf zehn kollektion klicken wir ganz oben hin machen mal 123 machen wir drei ordner ok die erste wie gesagt machen wir mal landschaft die benennen wir landschaft und dann kommt atmosphäre so und die letzte assets ja super ok so den geben wir auch eine farbe landschaft braun atmosphäre nehmen wir mal hier diese farbe helle farbe und dann unsere assets farbe machen wir gelb ok so und dementsprechend arbeiten wir jetzt auch das erste machen wir landschaft wir klicken landschaft an die kollektion und erstellen uns gleich mal eine plane perfekt so f7 top ansicht so geht auf n die ist jetzt zwei meter mal zwei meter die vergrößern wir mal auf machen wir 50 50 meter schön groß genau wir müssen ein bisschen realistische größen nehmen ja ok jetzt gehen wir auf edit subdivide das machen wir 50 teilen das in 50 auf subdivide ja als nächstes das wird unser landfläche hier wird ungefähr unser haus stehen unsere hütte also diese seite ist die landseite und die rechte seite ist sozusagen wasserfläche so und das heißt wenn wir jetzt unsere kamera hier mal selektieren so da ist kamera die ziehen wir mal ein bisschen zurück hier ok und wenn wir durch die kamera sicht hierdurch diagonal durchscheinen würden also durchgucken würden dann möchte ich dass das hier die fläche die landseite ist und hier ungefähr das haus steht wie gesagt und schöne kamera ansicht einen schönen blick hat und da ganz hinten soll unser ein großer berg noch stehen ja ok so das heißt wir gehen jetzt wieder auf unsere plane sagen edit mit c circle select ja und wählen mal ja machen wir mit dem mausrad den kreis etwas größer so und wählen mal die fläche hier diese fläche wir wählen die fläche für die kante also diese inselbucht machen wir so ok hier ungefähr das ist ungefähr wir können mit dem wenn wir die mausrad die mittlere taste vom maus drücken können wir wieder abwählen gleich hier so ok so jetzt haben wir die wasserfläche selektiert so und jetzt machen wir eins einmal auf o drücken o proportional einschalten hier oben jetzt g z und ziehen die fläche runter so so das ist zu gerade jetzt drehen wir dabei das mausrad und den mausrad größer noch größer noch größer so ok ja das sieht ja schon mal gut aus mit g z bisschen wieder hoch war es zu tief glaube ich ungefähr so ok alles klar perfekt so jetzt haben wir so eine art so eine küste gemacht hier wird die wasserfläche später sein so und hier setzen wir ein schilds muss rein perfekt jetzt ist diese seite natürlich ziemlich flach das sieht so unnatürlich aus bevor wir jetzt hier was rum modulieren sehen wir hier den scale wert wir haben ja die plane skaliert wir müssen jetzt die skalierung erstmal übernehmen mit steuerung a rotation und scale einmal drauf klicken damit es die einheit wieder auf 1 steht ok perfekt so jetzt gehen wir auf object mode sculpt fangen wir einmal das werkzeug nehmen wir clay strips der ist gut dafür so bisschen f pinsel vergrößern und fangen wir einfach mal an bisschen hier ohne die flächen zu erstellen ja so hier bisschen da bisschen so und mit steuern gedrückt könnt ihr entfernen also wegnehmen ja subtrahieren ist das ja so ok hier vielleicht noch bisschen hier kann sein dass es ein bisschen zu viel geworden ist aber ja ihr müsst das so machen wie euch das gefällt ne das ist ich muss sogar ein bisschen größer hier ziehe ich das alles bisschen weiter hoch genau so noch mehr ok so müssen wir gleich mal schauen wie wir das haus platzieren weil die fläche wo das haus ist wird nachher ein bisschen gerade geskyptet ja ok so so ok das ist soweit fertig jetzt haben wir unser land fertig da wo unser haus stehen wird das benennen wir jetzt auch so land alles klar als nächstes erstellen wir jetzt unseren berg so schiff schiff a mesh landscape ja da klicken wir jetzt drauf so ok jetzt haben wir hier so eine einstellung jetzt bekommen für unseren berg jetzt ist er natürlich Gehen wir ein bisschen näher ran, der ist ziemlich klein, ok so sieht das aus, das kriegt ihr bei euch auch zu sehen am Anfang, das ist der Standardberg, so und wenn ihr da mal genau hinschaut, es ist eine Art Textur auf diesem Plane, auf diesem Berg, das ist die Neustextur. So und wir haben hier verschiedene Voreinstellungen, auch für Berge, wenn man hier drauf drückt, hier haben wir verschiedene Vorlagen, so ihr seht was passiert, so und ihr habt da verschiedene Möglichkeiten jetzt, welche Berglandschaft ihr haben wollt, so und ich glaube ich nehme die gleich, die gefällt mir, das sieht gut aus, ok und diesen Berg wollen wir hinten platzieren, da hier ist die Auflösung für diesen Berg und das machen wir mal ein bisschen größer, 256, so jetzt seht ihr was passiert ist, wir sehen jetzt viel mehr Details, viel mehr Struktur, ok, ihr könnt natürlich selber wählen, ihr könnt hier noch hier Dimensionen, Offset, ihr könnt hier zum Beispiel, ihr müsst ein bisschen rumspielen, weil hier ist die Textur größer, hier könnt ihr die Textur sozusagen vergrößern, ihr seht was passiert, es dreht sich sozusagen, ja, auseinander und wenn ihr weniger macht, seht ihr, dass die Textur ineinander reingeht, ja, von oben sieht man das besser, ne, ok, ich glaube meins lasse ich jetzt so, das sieht gut aus, so und hier habt ihr noch Höhe und hier habt ihr noch mal Offset, Offset ist die Textur Richtung, also wenn ihr zum Beispiel die X-Richtung von der Textur ändern wollt, sozusagen, wenn ich, dann verschiebt die Textur sozusagen, ja, in diese X-Richtung, so und dadurch ändert sich auch natürlich dementsprechend die Landschaft, so, ne, ok, jetzt haben wir die Möglichkeit, die können wir auch so lassen, gefällt mir auch schon, diese Landschaft übernehme ich jetzt, wir gehen mal runter, so, skalieren den, die komplette Play, noch größer, so, ok, schieben das mal nach hinten, so, perfekt, ok, so, damit wir jetzt unseren Berg und unser Land dementsprechend ausrichten, müssen wir jetzt unsere Kamera positionieren, jetzt wählen wir unsere Kamera, so, der ist ziemlich tief, ich setze mich ein bisschen runter hier, genau, so, mit 0 haben wir jetzt die Kameransicht, wir tippen jetzt 2xR, rotieren die Kamera, so, etwas hier rüber, ok, drehen das bisschen gerade, so, GZZ, bisschen zurück, noch mehr, so, GZ nach oben, perfekt, so, im Intro habt ihr schon gesehen, da habe ich die, ja, da hatte ich so ein Kino-Format und das würde ich jetzt hier auch ändern, also, ihr geht hier oben, drückt die Ausgabe, Reiter hier, so, da haben wir den Standardwert, ne, 1.920 x 1.080, so, dann nehmen wir mal die Breite hier, 2.560, so, da habt ihr, also sozusagen, mehr Ansicht, ja, ihr könnt mehr sehen durch die Kamera, sieht auch vom Effekt auch viel besser aus, ok, euch ist schon was aufgefallen, hier sehen wir unseren Land, aber wo ist unser Berg geblieben, unser Berg ist nicht da, so, warum, wir machen mal ein zweites Fenster hier auf, so, ok, jetzt gehen wir mit 3D, View, Port rein und plötzlich ist unser Berg wieder hier, aber hier sehen wir es nicht, so, damit, äh, ich habe schon von Anfang gesagt, das ist ein Einsteiger-Tutorial und ich würde das gleich erklären, wir arbeiten hier in 3D, View, das ist der 3D, View, Port und das ist jetzt die Kameraansicht, so, und in 3D, View, Port arbeiten wir auch eine Art Sichtweite, wir haben eine Arbeitssichtweite, so, hier, wenn ihr auf N hier, die Seitenleiste aufmacht, habt ihr rechte Seite View, den Reiter View, so, da habt ihr eine Sichtweite von 1000 Meter, also ihr könnt von hier jetzt, vom Viewport aus, bis 1000 Meter sehen, arbeiten. Und dasselbe System haben wir auch für die Kamera, so, und wenn ihr durch die Kamera seht und die Kamera mal selektiert und dann geht ihr hier mal auf diesen Kamerareiter, so, da haben wir auch diese Einstellung für die Kameras, die Linsenlänge und so weiter und so fort, so, Clip Start, ab wann soll er, äh, ab wann haben wir die Kamerasicht, ab 0,1 Meter und wie weit, äh, äh, mit der Kamera sehen können, so, hier steht Ende, 100 Meter, so, das reicht natürlich nicht, allein unser Land war ja 50 Meter, so, und das ist mittlerweile wahrscheinlich 200 Meter, also, wir tippen hier mal, machen wir es schön groß, 5000 Meter, so, und schon ist unser Land, äh, äh, unser Berg wieder zu sehen, ja, okay, so, und dasselbe würde ich gleich mit dem Viewport auch machen, ja, vielleicht werden wir noch was platzieren und es reicht die Sichtweite auch nicht, wir machen das hier auch mal 5000 Meter, so, so, und dadurch ändert sich auch die Sichtweite, okay, so, perfekt, dann sind wir soweit eigentlich schon fast durch und jetzt könnten wir die Kamera etwas nochmal positionieren, so, wir gehen mal ein bisschen tiefer, ja, so, GZZ, bisschen vielleicht näher, okay, so, jetzt wählen wir unseren Berg hier, ganz hinten und, äh, setzen den mal GZZ weiter runter, okay, so, das sieht gut aus, so, so, als nächstes wollen wir jetzt unseren Ozean erstellen, dazu erstellen wir wieder eine Plane, Shift A, Plane, so, da ist unser Plane und die skalieren wir jetzt auch, schön groß, okay, so, schieben das mal ein bisschen hier rüber, so, so, jetzt haben wir hier unser Plane, unser Ozean, so, und jetzt schieben wir den hier bisschen runter, Shift Taste gedrückt, dann könnt ihr bisschen Schritt für Schritt das antasten, okay, ja, sieht perfekt aus, gut, jetzt haben wir unseren Ozean erstellt, unser Ozean, äh, werden wir gleich aufteilen, dann machen wir jetzt, Modifier Subdivision Surface, ja, auf unseren Ozean jetzt, den teilen wir durch zwei nochmal, aufteilen, und den applyen wir auch gleich, so, dass wir so eine schöne Abrundung haben, so, und jetzt schieben wir noch ein bisschen weiter nach vorne, so weit, so, hier ist die Kameraansicht, und hier fängt unser Ozean an, dass wir einen Abstand hier haben, genau, das sieht schon mal gut aus, okay, den benennen wir auch gleich, Ozean, so, das ist unser Berg, so, Land, alles klar, okay, so, und einmal abspeichern, so, save as, so, speichern, fertig, okay, so, jetzt haben wir unser Berg, Land und Ozean erstellt, als nächstes würde ich sagen, äh, lasst uns gleich schon mal unseren Haus positionieren, wir setzen erst mal nur ein Dummy hin, damit wir es ausrichten können, wir bleiben bei Land, ja, Landschaft, Kollektion, und sagen, rechte Maustaste, machen eine neue Kollektion, und die benennen wir jetzt, Haus, so, okay, das, da kommt jetzt unser Haus rein, so, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier zur Landseite, so, Shift-Taste gedrückt, und rechte Maustaste, und klicken einfach mal hier hin, so, damit unser 3D-Cursor hier bleibt, ja, jetzt haben wir unseren 3D-Cursor hier selektiert, so, und jetzt fangen wir Shift-A, und erstellen ein Cube, so, gehen ein bisschen hoch, ja, unsere Hütte, sozusagen, machen wir ein bisschen kleiner, so, S, ein bisschen groß, von der X-Achse, jetzt Y-Achse, okay, einmal Edit, Störung R, ein Loop ziehen, ja, so, nehmen wir diese Kante hier, mit G, Z, oh, proportional ausschalten, der war an, G, Z, und ziehen wir ein bisschen hoch, damit das so aussieht wie ein Haus, ungefähr, okay, schauen wir das mal durch die Kamera, ja, das sieht eigentlich gut aus, Kamera fokussiert in der Mitte, das Haus ist hier, doch, ich finde das in Ordnung, okay, so, jetzt haben wir unseren kleinen Dummy für unseren Haus erstellt, damit wir wissen, wo das Haus gleich hin muss, okay, alles klar.